Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir beginnen die heutige Sitzung mit einer traurigen Mitteilung. Die Abgeordnete Corinna Miaska ist gestorben. Ihr Leben endete viel zu früh. Sie wurde nur 39 Jahre alt. Corinna Miaska wuchs in Oldenburg auf, und sie zog zum Studium nach Bayern, das ihre zweite Heimat wurde. 2017 zog sie erstmals in den Deutschen Bundestag ein. Sie engagierte sich zuletzt als stellvertretende Vorsitzende ihrer Fraktion und als Mitglied im Ausschuss für Angelegenheiten der Europäischen Union. Corinna Miaska hat lange gegen ihre Krankheit gekämpft, an der immer noch viel zu viele Frauen sterben. Sie hatte den Mut, sie hatte die Stärke, ihre Krankheit öffentlich zu machen. Zwischenzeitlich glaubte Corinna Miaska an ihre Genesung, und deshalb trat sie auch im Jahr 2021 ein weiteres Mal zur Bundestagswahl an. Am vergangenen Samstag ist Corinna Miaska ihrer Krankheit erlegen. In Gedanken sind wir bei ihrer Familie. Ich bitte Sie, sich für eine Schweigeminute von Ihren Plätzen zu erheben. Vielen Dank. Vielen Dank.